Die 20 für die 15. Test, 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 Test. Willkommen. Perfekt. Ich wollte nur wissen, wieso sie hier auf der Straße stehen. Warten lassen. Verarbeiten, um zu fangen. Ja, so die 3, perfekt so. Hey, ich muss auch meine Katze nerven. Ja, ich komme nicht, ich komme nicht. Ich komme nicht. Ich mache das für mich. Ich komme nicht mehr. Ich mache das für mich. Ich komme nicht mehr. Okay, so lange. Gut, kauf ich, aber nicht so. Dann mach ich mal das Ende natürlich. Was tun wir mit ihr? Was tun wir mit ihr? Was tun wir mit ihr? Eieieieieiei. Was ist das da? Wiederholen. Feen 24. Oh, scheiße. Tütt um 15 unterwegs. Das muss er. Wenn ihr Probleme habt, im nächsten Stream endlich ist. Oh, nur scheiße. Da liegt da. Und holen. Oh, nur scheiße. Wo ist der Mann, oder? Tütt um 20 Woche dringt rein. 10 nach der Nacht. Ich bin meine aktuellen... Bei meiner aktuellen 10.20 Uhr. Tütt um 20 Woche dringt rein. 10 nach der Nacht. Obwohl, ich kann es noch ändern. Ich kann es noch ändern. Aua. Ach, das bringt jetzt nichts. Nächstens. Wie immer. So, ändere ich jetzt. So. Personkontrolle. Ich brauche jetzt ein 10 Dreifel. Oh, ne. Alle Katzen nerven. Ach, hör auf. Hör auf, mein Hetzer. Du mein Kopf wegzuschlagen. Oh. Oh, das ist doch. Ja. Braucht ihr weitere Einheiten? Nein, nein. Kann es weiterfahren. Okay. Unchanged logs. Aye, aye, aye. Ich wechsle erstmal gleich das Auto. So. Jetzt gibt's so was ähnliches. Ich glaube, das ähnliche nehme ich so. Oder ich nehme... Entschuldigung, hallo? Hallo? Können Sie bitte... Ja. Können Sie bitte mal runter vom, ähm... Kassettie weg. Ja. Weggehen. Ja. Ich habe eine Frage. Was ist denn, äh... Wie ist hier das Aufbruch? Eins. Steht doch. Ja, ich bin drinnen. Okay, ich bin drinnen. Hi. Ist die Kollege? Ja. Kollege? Ja, hallo. muss erst mal die radio und auch wenn du mehr fallen hast jetzt gehen wir einfach kurz in den Lieblings-Support ja? ja ist schon da Herr Peter, komm jetzt ebenfalls drüber du den Plenner 15 fährt Clown-Paschus an ja okay kurz morgen jetzt jetzt wäre nur du Habe den nicht gehört, dass er auch so rennt? Ach, ich werde es mit dir schützen. Oh doch nicht. Enno! Ich werde ihn ganz langsam Handschellen an und eine falsche Bewegung und wir werden es vorher aufnehmen, glaube ich. Genau so was kann es Ihnen vorher recht sagen. Darf ich es kurz untersuchen? Nein! Brake, 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 dringend 10 zu Ende. Ich wusste 10,81, ich werde stark mit Langwaffen beschossen. Langwaffenfreigabe, Officer 1. Postleitzahl wiederholen. 10,81, ich bin den Partner ausgesprochen. Tüter püfteln gespawning. Klingelkene размine дом im Schetz aus und spukommen. Postleitzahl. aus Moscow mit dem pick Interوع. KolikatoIN 5.5 mit dem Tipp. 條ge denn die 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 habe keinen sich Kontakt von dem Täter sofort das Gebiet absuchen wieder Belebung im Web ist eingeleitet de ein Fahrzeug ist kaputt mein Katzen macht irgend so einen Scheiß hier sich Kontakt der Täter weit wie oberhalb der Person in Das ist auch nicht herzell. User left your channel. Ich will hier ja jetzt kurz zu sehen. Ja, da. Ja. Kuli 715 ist kohlen dahinten mal angetroffen Bleib hier Sichern den Kollegen ab Geh mal durch zum verletzten Kollegen Wo liegt der? Der ist da worden auf seinem Streifen worden Achso Hallo 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 Von hatрав eine sehr schwere Koppflopffunde Feederkopp Und vorne über dem Auge Da unten steht Klaun actor Was wo Da unten ist ein Clown Achso moves ether oder schieß vilord er schießt sensors Ich weiß nicht, dass ich die Ich weiß nicht, dass ich die Alle Personen aus dem Korrekt, Inspectionation Alle Personen aus dem Korrekt, Inspectionation Ich hab noch einen Täter gefunden Clown Geht's dir gut oder soll ich dich mal hier behandeln Also setz dich mal hier hin Ich behandle dich einmal Braucht ihr noch Hilfe oder so Ich lege dir mal einen Verband um die Wunden Nimm mal die Gefangenen mit, wenn's geht Oder einen zumindest Oder zwei, keine Ahnung So, dann mach ich das mal Ich glaube, das war Ein Satz von Vorher So Komm steck an Sekunde Brauch mal nix Kann ich hier los? Kann ich hier los? So Was brauchst du? Mach's mal die scheiße Sirenen hier aus Das nervt doch Das ist ja nicht mehr meine Sirenen Das ist glaub ich nur noch meine, oder? Kann ich hier losfahren? Kann ich hier losfahren? Nee, wir sind alle hier Alle super, was ist das Gefühl? Ja, dann wird kein Bericht aufgenommen Weil wir auch mal dass wir schmutz. Die 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 Vielen Dank. Ich muss jetzt erstmal diese Scheiße Arena aufmachen. Also ich höre keine mehr. Ich höre auch keine. Was ist mit dem da? Was ist denn? Meiner ist da unten. Nix da, raus da. Abmarsch, raus, aussteigen. Hallo? Weißt du, aussteigen. Such alle bei mir rein, ich hab keinen Platz mehr. Aussteigen, hallo? Steig aus da. Was machen wir mal? Warte mal. Keine Gefangenen, Transportbekan. Die meine. Das ist mein Fahrzeug. Yes, bitte. Doch nicht. Ne, 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 setz dich doch hier. Finger weg. Fail. Welches Ampluss ist denn bitteschön? Der hier. Ach nein. ich habe alle fahrzeuge ja dann müssen alle autos weg das ist nicht dass ich mache das ist bei dir die sirene glaubt gewesen es ist weg dann lag so scheinlich ja keine ahnung ich mache es anders Da ist Ivan Kugafon. Ja, komm. Das Fahrzeug hat keinen Leisterhalter. Hallo? Hallo? Ja. Ich dachte du wärst weg. Nein, ich höre die ganze YouTube nebenbei. Ja, bei mir. Oder? Nein, ich habe selbst eine YouTube Musiker im Haus nebenbei. Wieso guckst du und machst bei Spotify? Ich schaue... Spotify habe ich zwar auch, aber über YouTube mit Adblocker muss ich mir nicht die schwule Spotify-Werbung anhören. Und da kann ich einfach die ganze Zeit die Playlist von Nefx durchlaufen lassen. Ich find's voll scheiße, dass ich jetzt irgend so welche Dings drin sind. Wie heißt das nochmal? Irgend so ein Handling drin ist, dass man doppelt S drücken muss, um nach hinten zu fahren. Das ist voll scheiße. Okay, nochmal. Klar, ich war vorhin verwirrt, aber er ist eigentlich voll cool. Was ich mich triggert, ist voll komisch, dass... Seit wann fahren... Keine Ahnung... Hammer zu einem weißen PD zu einem PD-Einsatz. Was ist das eigentlich für ein Schmutz? Ich hab noch nie einen echten Hammer zu einem PD-Einsatz gesehen zu fahren. Oder du hast schon mal einen Hammer gesehen zu einem PD-Einsatz. Ja. Ich bin nicht hier. ein Auto. Ja. Ich brauche ein Auto. Ich brauche ein Auto. Ich brauche ein Auto. Oh oh. ich war nicht darüber gewundert dass man jetzt mal was ich habe ich auch getragen ja welcher ist für eine andere aussehen ok bitte danke gern geschehen doch blöde kuh wo genau ist jetzt mein auto wind keine ahnung jetzt macht irgendwann eine katze und sein scheiß und weil man fernzieht und die hähnliche mann das ist also ja dank ich bin ich bin ich bin ich bin ich ja und so gut gehen danke als erstes ein aktiver zuschauer ich glaube ich erst so kurz selber leiten. Wieso nicht? Spotify? Oh, nee. Ich geh mal da rein. Ich gehe mal, ich gehe mal da. Ich gehe mal da rein. Ich gehe mal da rein. Oh, das ist ein nervt. Au. Ey, bist du dumm aus? Was machst du mal? Wör auf. Wör auf. Wör auf. Wör auf. Wör auf. so ist danke raus nichts für euch raus danke gerne im knast sitzen aber eure entscheidung ich habe die nicht Wollte eigentlich noch vorher zu gehen, aber auch rüber. Passt. Hör, die Waffe weg. Waffe weg. Ja, wer hat hier geschossen? Der Typ da hinten. So. Wer auch immer das ist. So Julian, dafür hast du jetzt Hausverbot bei uns. Du willst mir Hausverbot geben? Ja. Irgendwas. Weil du den erschossen hast, unbewaffnet. Weil ich den erschossen hab, der dich angegriffen hat. Hä? Ich hab die getasert, warum fliegst du denn noch da raus? Hä? Bist du los? Die Fauna hat dich angegriffen von hinten. Was fiel von hinten? Ich hab die getasert. Nein, die hat dich angegriffen. Wann gibt es dich angegriffen? Ich will nicht stören, aber wann gibt es denn nix Ausbildung? Kann er mich am Morgen checken? Vergiss es, dass du den schaffst es nicht. So ein Polisgriff ist Hostage. Hostage. Code 12. Es ist Hostage. Ja, sowas. Geh irrsinn. Geh irrsinn. Für die Gegend in der Mitte? Wann gibt es hier nichts aus? Sie sind jetzt bei dir? Wieso? Für 30 Minuten. Könnt das auch noch eins gehen? Das hat der Fahrzeug. die abschuldigt ich kann es nur nicht denn da gerade auf die stelle umziehen es ist also ich wollte gar nicht dass es bei dir ist einfach dasselbe aber muss mir vorstellen ich hab du fragst mich die ganze zeit das waren die nächste ausbildung ist und ich habe gesagt ich mache heute keine ausbildung mehr und wenn vielleicht im spieler ja spieler muss ich nicht die ganze zeit darauf umhacken und vorher hast du keine ausbildung gesagt damit ist nicht ich mache wahrscheinlich später noch keine ausbildung aber ich bin jetzt um 70 ich könnte das jetzt nicht mann also spendiert bin ich jetzt trotzdem bei der ausbildung darfst du aber noch teilnehmen 20 für die 60 jetzt mache ich eine kleine party ich mache manchmal wie die maske weg ich mache meine maske weg ich nerv's mir hier sind die dann legal oder aber es gibt eine jetzt kommt auch noch eine frau ach genau jetzt gleich ich brauche dann eine ausbildung auf dem fahrzeug trainieren ja ja trainieren darf ich ja komm mit ja ist dein fahrzeug oder ja Claud Epis VideIP 15 13 14 14 15 15 16 ach nee so warte, wann haben wir es noch geschrieben? was? ist was haben wir verschoben? wie bist du da? irgendjemand hat geschrieben verschoben ja auf den Parkland ach so so da Uniform ey nein, so dann müssen wir immer zusammenstellen maskface 122 options und animation muss man, muss man einen zweiten dringend haben ja ja vollkrieg was? also muss, willst es immer noch sein, so sein egal, kann man so spawnen? so einen Hunde was geht? was willst du von mir? frag mich ob man äh ein Tienaski spawnen kann oder muss man halt so wie ich früher machen müssen ich weiß, wie keiner du musst es mir auch richtig erklären ach hab doch noch keine Ahnung was du sonst meinst passt schon ich bin auch grad sehr berührt, weil ja mein Kopf irgendwie mal nicht gerade richtig stört ach egal ach ist schon ist egal passt grad die Zähne an die eine Tätung ne? mhm ich äh äh weißt du woher du bist? wie ist die so alle zu weit weiß äh mehrere zu weit ja alles gut okay hör auf mich zu nerven hör auf ich weiß ab geht rüber zum pädin bist du mit na warte mal spring hoch das habe ich gemeint das habe ich gemeint das habe ich mir nicht mehr ich habe glendes auto ja aber gestern gestern war ja jetzt Am rechts hinten und links hinten. Nach Detective kommt der Lieutenant, oder? Nach Detective kommen Detective 1, 2 und 3. Nach Detective 3 kommt Sergeant. Nach Sergeant kommt Master Sergeant und dann kommt Lieutenant. Das koste ich schon längst Lieutenant? Weil ich ihn zum Lieutenant gemacht habe. Auch was eigentlich? Hm? Fast einen Tag. Das war ja aber nicht sollte, das war ja schon früher. Oh, ich schätze mal zwei Wochen. Ja, bitte nicht. Auf Moment, ja, Frieda schlafe. Aber bitte nervig nicht. Geht doch das nochmal. Fünf Kedis sollten. Um einen Kline Ausbildung machen. Danke. Mach bitte jetzt hier an. Komm gleich. Hm. Ja, man hört mich. Perfekt. Alter. Okay, ich bin dran, Papa, bitte. Ich bin dran, ich bin dran. Wir gehen bis gleich. Wir gehen bis gleich. Ja, ihr geht jetzt zum Betz. Ich lebe sie zu. Was? Ja, du wird bei mir sterben. Auf mein Stuhl. Ja, komm, leg dich hin. Ich mache sie dir warm. Ja, du lebst zu. Ja, du lebst zu. Wie nennst du dich zu. Ja, du bist der eintritt. Ne, auch für mich? Nein. Danke. Aua. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? So steht das Auto drauf? Weißt du, es hat gesaugt? Oh ja. Ja, ist halt realistischer jetzt. Realistischer jetzt. Schön. Ich finde es ein bisschen blöd. Kann man irgendwann den Pochettort aussch... Kannst du vielleicht Pochettort anmachen, wie das da, wo ich gerade die ganze Zeit einsatz bin? Was? Ich spreche mich mal drüber. Ich kann Pochettort mal gucken. Ja. Ist du eigentlich der einzigste, der noch im Stream ist? Oder... Ist auch der noch im Stream selber selber. Und so. Ah, stimmt. Da war ja was. Ich weiß. Tim, bist du das im Stream? Wenn ja, schreibt mal rein. Wenn du noch im Stream bist, schreibt mal... Irgendwas rein, ja? Wenn du noch im Stream bist. Danke. Wie fährst du jetzt so wie Klopf rum? Schreibt mal rein, dass wir uns ein bisschen verspäten. Wenn du noch mal rein... ...eine... Boa-Wir-Vitor. Ja. Ich habe mir... Wim... Ich kann mal immer rein... ...und eben... ... dass wir uns ein bisschen verspäten. Und? Oder... Oh, das ist gar nicht transparent. jetzt noch einfach rein schreiben könnte Ausbilder verspätet sich etwas aber so ist auch gut. Warte ich pack mal kurz bei der Garage ein anderes Auto aus mit dem wir schneller sind. Kannst du einfach hier eben die Motor aus... Multiplayer machen. Das wäre Tieten. Normalerweise ist das Fahrzeug nicht so schnell, wenn nicht so langsam. Doch, doch nicht. Gut. Mit der Garage brauchen wir mit dem Zeichen. Zeichen, Zeichen. Au, au, au. Beide ich mal. Wir haben nicht ewig Zeit. Das ist falsch, oder? Was ein Spoiler. Das ignorieren wir mal kurz, weil wir zu spät zur Ausbildung kommen. Wie bitte? Ja. Das ignorieren wir mal kurz, weil wir zu spät zur Ausbildung kommen. Wir werden gleich noch so was von Erfolg, weil wir hier viel zu schnell durch die Stadt düsen. 300 Kamara fährst du. Ja. Eigentlich fährt da noch mehr. Ja. Ja. Nur nochmal. Heißbiziner. Ja. Ich baue den ja auch eigentlich nur mit Blaulich. Aber... Können wir mit dem Heißbiziner ausbildung machen, oder? Oder worauf man das nicht? Heißbiziner gibt es nicht. Hey, doch. Gibt es eine Ausbildung? Nein. Das ist ein Privatraum von mir. So. Du kommst doch. cooperative. neue Trations. Ich bin mal in 11 h wach. Es steht noch in 11-7 h. Gemeinnahmen. Wegen habe einen Einzelner auf den Szene einzisen. 어와 das jetzt jetzt erst voix du gingen lähe. Zucker. Ach, lass mich da innen sitzen. Ja, immer von hier. So, einmal Kleidung machen, Jungs. Nee, den Schlafanzug. phst ne 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 ? nimmest du gar nicht online ? ne, die kosten für den außen? ne, die kosten für den außen. h Tampa »79'20 Leo Nossa'a an filteren Reports ab farmers ne echtimon als Dis uneule neильно drastrophen Der Tim spielt falsch mit ihm, der ist in Australie. Ne, Blue Fox 6, dieser Bruch. Keine Ahnung. Die Hose ist normal, die Nummer. Wir haben gerade die Hörer geprägt. Wer war's? Wer war's? Was? Den hattest du ja schon. Oh, mit dem Wartner. Ne, äh, Scherr, das ist die 16, das ist falsch. Die 16? Muss ich nehmen? Was? Ja, die 16. Ja, die 16. Ja, sei leise, Nick. Oh. Puh, das wär nicht gut gelaufen. Nick. Wurde ich einmal hoch. Gott hat mich aufgestanden. Das fand ich mich selbst machen. Hast du die abgespeichert? Nein, ich konnte nicht mal in 0,7 Millisekunden die abspeichern. Und wenn ich's gemacht hätte, dann wär ich Jesus. Oh, man, das ist nicht gut, man. What's poppin', man? What's poppin'? Oh, nein. Was könnte ich eigentlich? Gar nichts. Dich mal zuge. Dass du nichts kannst, wirst du mir schon alle. In jeder Stunde? Nein, nein, nein. Oh. Ich muss ihn nochmal umbauen. Aber das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das, das, das. Jo, nein. $3,7. Jungen. Du,rig bei uns. S pressuresätte in. Oh, nein. Na, 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 na. der es bei mir ja ja hauptsache gefühlt das gleiche aus wie ich nun also mit und dann geht er auf options und dann nehmen sie dann einmal den husky weil das der standard links was dann irgendwie fühle ich es dann macht ihr noch mal f1 dann bleibt ihr da ich versteh gar nicht noch mal f1 kommt er wieder zurück ach so kostet ja meiner funktioniert du bist auf den schwein wenn auch wie den schwein essen 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 den bleiben kostet gucken wir uns immer an wie das aussieht wenn ich weiter dann einmal kurz in er nicht beißen würde ich glaube der hund ist kaputt jetzt fahrst du komm mal da muss ja immer ein bisschen rumblern und danach weiß er nicht warte was soll ich so machen na gut funktioniert nicht aber eigentlich würde das so gehen was soll ich bei npcs geht das glaube ich aber komm komm wo ist mein hunde da kommt mein süß kommt mein süß angewandt hallo mein hund ganz geht schön das ist ja auch wenn man auf höre mal auf höre mal auf höre mal um zu sehen noch ein ein stehen bleiben man muss und zu gehen ich ganz vergessen zwei tage lang also mindestens zwei tage lang richtig aktiv sind wenn auf den schwein dahinten was mich verstanden hast du mich verstanden hast du mich verstanden was wir haben auf den ich hausse und schönes zu weit ich wollte ich bin ein guter Macht diesen scheiß Pudel weg oder ich blase dir die Bühne weg. Hallo Fisch, wenn du mich hier hörst. Fisch, wenn du mich hier hörst, hallo. Wie geht's dir? Hi Fisch. Backfisch. Also Jungs, schau dir vor. Komm zu mir, du Hund. Ja, richtig. Jetzt geh auf den Spass dahinten. Hat sie gerade wirklich in den Wach gezuckt? Geh auf ihn. Geh auf ihn. Ja, geh auf den Schwein. Er hat dir wehgetan. Ja, ess ihn. Ess ihn. Ess ihn. Ach, dann probieren wir ihn nicht noch. Komm her, du Schwein. Was willst du mir? Das ist nichts Gutes gemacht. Ich glaube. Wenn du in deinem Fahrzeug sitzt und dann steigt er in deinem Fahrzeug ein. Oh oh. Und wenn du aus dem Fahrzeug raus bist, kannst du nochmal entfernen drücken und dann geht er aus dem Fahrzeug raus. Ich glaube, mein Husky mag mich nicht. So, egal. So, ihr holt jetzt eure Runde, macht die weg und geht jetzt wieder nochmal in den Streifendienst. Damit habt ihr beide eure, kein Nein, erfolgreich, endet. Ähm. Ähm. Nee. 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 Jetzt greift mein TS. Ja. Ja. Ja, ich weiß, aber ich kann nicht den TS öffnen. Ich schließe ihn einmal kurz. Taskmanager. Fuck, jetzt habe ich ein anderes Programm begriffen. Egal, so, jetzt kann ich wieder auf die erste greifen. Ähm, ja, okay, nein, wann wird's gebraucht? Habe ich eben gerade erzählt? Gebraucht, wenn's gebraucht wird. Aber naja, du hast ja nicht zugehört. Tschüss. Ja, tschüss. Wait a second. Das war mein ganz Raul zu fördern. Äh, glö, äh, links ist? Wie heißt du noch mal? B-S-C-O, ja. Hast du den Kessin Glückwunsch zur Overwatch-Ausbildung, die du gestern noch abgeschlossen hast? Ah, das ging schnell. So, wir sehen uns dann, ne? Bis dann sind. Ja, ich bin oben. Mein Auto. Kannst du vielleicht ein Auto umparken? Ich möchte da einen reinparken. Ja, ich will Ihnen gerade was fragen. Kannst du noch den? Ich bin da. Ich bin da. Oh, Alter. Oh, Alter. Und ich freue mich. Vielen Dank. 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 Okay. 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 ist einfach da aus der seite tue rauslaufen was fällig von mir ich bin ja dann musst du sagen ja ich sage ich bescheid können wir dieses mal ein explorer nehmen wenn wir ein video machen mit fahrzeug solchen tacho holen ich habe noch ein freundes hier habe ich hatte dieses kupplung oder was auch immer scheiße ich bin gerade auf dem server ich bin gerade auf dem server ich komme gerade den loading screen an ich habe das vorher noch nicht richtig angeguckt ich habe gerade die kopfhörer an ich habe mir gegner was die ohren geplatzt wie laut ist das denn ich habe ja ich habe gedacht jetzt kommt wieder dieses 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 hollywood und auf dem artikel kommt der richtige auf dem ersten tag kommt so rockmusik digger wenn ich meine wenn ich meine meinung zum neuen loading screen abgeben darf mich zwiggert ist also ich finde ihn an sich sehr gut mich zwiggert es jedoch dass dieses fox attack zeichen nicht mittig ist das bild bearbeiten ich will noch sagen also du steigst erst mal macht motor und ich mach so lange schützen bist du im motor gestalt hast dann steig ich an ja ja schlug für die einmach blaulicht an und fahr weg ok ohne marie zu haben blaulicht an einsteigen weg fahren vorher muss ich noch einigen wer wo einsteigt ne guck du fährst So, und jetzt machen wir das so, ihr streikt, ne ihr kommt dann. Was für ein Haus bin ich denn hier? Ihr stellt dann nochmal da vorne auf den Parkplatz drauf und dann fahrt ihr da los und fahrt über mich rüber. Ah, auf welchen Parkplatz? Da vorne, wo ihr eben gerade gestartet seid, fahrt ihr nochmal hin und fahrt dann hier nochmal über mich rüber. Ich hab ne Idee, Moritz. Oh, sorry, sorry. Ah, ja. Nicht TP'n, bitte mal ganz schnell weg, ihr. Ich hab ne Idee, Moritz. So schön. Aber, ja, was sag? Weil diesen, ähm, Tierdingseum, so diese Fleischerei da hinten reicht, da können wir doch einspüren, oder? Könnte man auch noch machen. Wir machen ein paar mehr, weil wir müssen ja einen kompletten Trainer zusammenbringen. Ihr müsst nicht da vorne komplett dahin stehen, wo ihr eben gerade weggekommen seid. Moritz? Ja. Darf ich mitmachen? Oder nicht? Ja, aber jetzt erstmal nicht. Okay. Warum nicht da gleich noch anders weiter gehen? Okay, ready? Mit Clauding da und dann müsst ihr hier halt über mich rüberfahren. Ja? Ja, ein bisschen berät. Okay, los. Alter, sieht gut aus. Richtig gut. Für den Kostik? Ja. Äh, ach man, ich verwech... Du verwechselst jeden mit Kostik. Kostik, Kostik, okay. Äh, Klotz, du nimmst dann einfach... Äh, Klotz, du nimmst dir einen DCSO-Charger und stellst dich hier vorne zu dieser Fleischerei hin. Ein Charger wohin? Charger mit dieser Fleischerei. Okay. Weißt du was, ich stelle dir vielleicht... Was kann ich machen? Was? Wenn du rüberkommst, kannst du gerne auch... Ja, dann suchen wir dir noch was. Ich hab jetzt den Charger. Bist du schon da. Ähm, du kriegst ja nachher jetzt ne Aufgabe. Du machst den böse, aber ich... Du kannst beim Charger halt absolut nicht piften. Scheiße, Mann. Ist egal, du musst dir nicht... Ich bin böse nicht. Das ist gerade dein Scheiß ernst gewesen. Ich hab dich nicht gesehen. Du warst unsichtbar irgendwie. Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Ey, man soll ja eigentlich nicht betreiben... Ähm, äh, Dings, ähm. Man soll Engel ja nicht, ähm, Dings, weiß... Ach. Ach, scheiß drauf. Guck mal, sollen wir jetzt hin? Beachten, beachten. Da hin, wo ich nicht... Ja, aber da... Da dürfte ich mich beachten. Kostik, du stellst dich bitte hierhin. Hierhin, so schräg. Hierhin heißt wo? Ich sollst du dir... Ja, sorry, ich verwechsel dich immer noch mit Schloss. Du stellst dich hierhin, so schräg. Der ist halt wie spitze in die Richtung der kommt. Du stellst dich denn hierhin mit dem iPad, okay? Mit dem iPad? Mhm. Wie hoch ist das Apple aus? Ach, nee, doch, wenn du das iPad... Äh, du stellst dich denn hierhin und wenigstens halt da so in die Richtung, während die anderen beiden angefahren kommen. Nee, nee, weiter hier vorne hin. Hier hin. Hier hin. Ach so. Hier, wo ich stehe. Einfach mich einmal umfahren. Super. Ja, aber das sollst du auch gut sein. Ja, das ist gut. Nein. Geh zurück. Geh zurück. Ja. Gut, 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 gut. Was soll ich jetzt machen? Stellst du dich hier so hin? Hier, stellst du dich hin? Ja. Und wenigstens in die Richtung. In welche? Okay. In die. Aber, aber halt, ist es überstehend. Im Mod winken. Im Mod winken. Ist es eher so beschick? Ja, genau, das ist gut. Funk, check. Oh, ich bin noch im Funk drin. Kannst du mit einer von euch bitte kurz? Confirmen. Confirmen. Perfekt. Okay, einfach jetzt den Mod einfach machen, okay? Ich nehme in der Zeit auf. Ah, okay. Die ganze Zeit laufen lassen. Ja, mach. Okay, warte. Perfekt. Ähm, so, Jungs, jetzt kommt ihr hier vorne angefahren mit Blaulicht. Äh, ja, warte. Und haltet dann halt kurz zur Klotz, okay? Kurz zur Klotz, okay? Also, wir kommen hier von Feuerwache, da weiß der Globus, was ich meine. Klotz, stellst du dann einfach wieder ganz normal hin, okay? Hm? Du stellst dich da ganz normal hin, einfach winken, kurz abbrechen. Okay. Wir wären jetzt bei der Kreuzung hier bei 1030. Ja, nee, nee, du musst bei der, äh, 1052, musst du dich schon auf die Straßen stellen, okay? Und dann hältst du halt, äh, vor Klotz an und stellst dich da aufs Recken, aber in die andere Richtung. Das heißt, du guckst mit der Schnauze dann in die Richtung von Klotz, äh, also, mit der Schnauze von deinem Fahrzeug guckst du halt auf den Kofferraum von Klotz' Fahrzeug, okay? Warte, 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 hört ihr das, warte mal? Ja, 10 Minuten, danke schön. So, äh, bist du, äh, Klotz, stell dich mal nach ganz hinten auf die Kreuzung. Wo? Hinten auf die Kreuzung stehen. Äh, Kostik? Mach doch Straßenschilder. Ja, ich steh schon mal. Wo hier hin? Klotz, Klotz, ganz normal hierhin stehen wieder. Hä, du hast doch gar nicht gesagt, Klotz. Ja, ich hab aber Kostik gemeint. Ja, das ist aber auch Kostik. Du sollst nicht i10 Minuten. Sag das doch. Weiter nach rechts stehen. Ja, so ist gut. Da stehen bleiben und nix machen. Kostik, weiter nach hinten bei der Kreuzung, weiter nach hinten fahren. Klotz, aufhören zu winken. Aufhören zu wickeln. So, und Klotz, ihr fahrt los, komm, los rein. Jetzt winken, oder die? Nein, nix machen. Okay. Wo bist du denn jetzt hingefahren? Ja, das ist euch. So, warte, guck mal, ich erklär's dir einmal, okay? Ist schwer, aber ich bin auch nun mal nicht gut gemacht. Du sagst doch hinter den Kofferraum. Ja, alles gut, aber so mach ich das nicht. Steck mal auf. In den Kofferraum, mein Freund. In den Kofferraum. Wie viel soll die MP benutzen, oder? Ja, die MP sollte ich benutzen. So, du fährst hier an. Mhm. Du fährst hier an. Und dann stellst du dich hier. So schlägt er. Ah, so, okay. Und dann driftet er einfach hier rein. So hinzustellen. Ja. Okay, das macht jetzt nochmal. Und, äh, Klotz, du stellst dich dahin. Genau. Das schließt mir nicht die Füße mit Freunden. Dann kriegen wir beide großes Problem. Hm, dann kriegst du einfach ein Problem. Ach, ist das so? Ja, das ist sie. So, super. Äh, Jungs. Noch ein Stück weiter nach hinten. Perfekt, stopp. Und los. So, stopp. Nichts aufsteigen, nichts aufsteigen, nichts aufsteigen. Nichts aufsteigen, Nick. Oh, nee, nee. Kurz durchs Auto fliegen, yay. Irgendwie, irgendwie ist mir gerade so ein kleiner Scheißgeruch durch die Nase geflogen. Ich weiß nicht. Irgendwo steht es noch gemischte, also mischig nach Scheiße. Warte, ready? Ja, wir stehen hier. Na gut, dann. Aufsteigen. Und zu Klotz gehen. Sehr schön, Jungs, sehr schön. So, gut, habt ihr? Super, gut. So, du bist jetzt leise. Du Kostik. Was, ja? Äh, Kostik, du packst deine Waffe hinten auf dem Rücken? Kann ich nicht. Weil ich dieses Scheiß-Skript bei mir nicht geht. Nick, du packst deine Waffe hinten auf dem Rücken? Bei ihm geht's auch nicht. Ja, bei mir geht's. Ich, du, äh, Klox, du nimmst den Bein. Klox, mach mal bitte das Licht da weg. Das stört, weil die Waffe nicht richtig geladen ist. Nein, Nick, komm zurück. Nick, zurückkommen. Äh, welches Licht? Kostik, du nimmst ein iPad in die Hand? Äh, was für ein iPad? Äh, was für ein iPad? Äh, Kostik, und Klotz, ihr beide nimmt ein Tablet in die Hand. Ein Tablet? Wie, 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 welchen mir fehlen? Tablet. Ah. Ah, warte, Tablet 2 sieht cool aus. Ja, genau. Ihr beide steht jetzt so, okay? Warte, 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 warte. Ihr macht einfach nichts. Doch. Tablet 2. Das mach ich. Genau so. Stellt ihr okay? Nein, das passt so, das passt so, das passt so, das passt so. Hm. Ihr darfst so lassen. Perfekt. Jetzt noch einmal wie, äh, Klotz, nee, wie Kostik und Nick, äh, gehen hinten zum Kofferraum und, äh, setzen sich denn da einen Helm auf, okay? Das heißt, ihr, äh, nehmt euch erstmal, setzt euch diesen Helm auf, die 77 in grün. Ja, dann, äh, macht ihr jetzt einmal über K-Muskel, nehmt ihr den ab. Und dann steht ihr jetzt sozusagen am offenen Kofferraum und drückt den einmal K und nehmt euch den Helm auf, okay? Ich muss mal, welchen Helm, 77 in grün. Können wir aber auch vier nehmen. Der Helm, vier ist genau der gleiche. Okay. Ich bin die Reiter und die Reiter und Hilfe. Hilfe, Hilfe, was ist das? Was ist das? Mein Auto. Ich will das nicht. Dann bleibt uns noch raus. Es hat aufgehört. So, einmal Kofferraum, ja, warte. Und halt mit Kargenau Helm aufsetzen. Dann geht ihr jetzt sozusagen, also ihr, äh, steht dann vorne, an den beiden Türen, lauft denn hier hin, macht den, na, also der Kofferraum ist offen. Und dann geht ihr jetzt ohne Helm bei den Türen, dann geht ihr hinten zum Kofferraum und setzt euch beide den Helm auf. Ja. Nick, auch ohne Waffe, ne? Ist ja klar. Und nur Waffe, hier hinten hingehen. Nicht einsteigen, neben der Tür stehen und nicht den Kofferraum zumachen, Nick. Was kennt ihr eigentlich? Ich mach alles richtig, der Kofferraum macht alles falsch. So gut, ähm, an den Türen, an der Fahrertür und Beifahrertür. So gut, richtig, Nick. Kostik, am besten schon so gucken, dass du da hinläufst und dich nicht dann so von da oben drähst, genau. Ist Julian eigentlich noch da? Julian? Also, warte, ich muss jetzt einmal die ganzen Clips einzig exportieren, damit ich mein Speicher fassen darf. Das heißt, ich mach nicht so kurz. In der Zeit könnte ich den Kofferraum anfangen. Da hab ich ja richtig Bock auf, Junge. Du, Victor, 100, 99. Respawn in Code 99. Du, Link, wir haben 14. Und fährt unten, und fährt unten. Du, fahr mal hier auf die Fresse, hier. Was denn da hinten passiert? Mord, dann wird es von dir. Hütten kurz Mordet, sie überfahren. Hier ist der Panic Button. Dann liegt er doch, dann liegt er doch. Was war der Mist? Dann bestimmt. Person eine Waffe, 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 Waffe. Ups, Schwermel. Äh, ich meinte. Ah, 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 ah. Der Mexikaner, holt den Mexikaner. So, Jungs, ich mache gleich wieder den Stream, damit der... Was weiß ich noch ganz genau... Oh, Schwermel, Schwermel, Aua, Schwermel. Ich weiß ganz genau, wer hat den Uzi. Das ist gar kein Kopfloser. Ich wollte ihn grad stoppen. Nee, das ist... Der hat eine Uzi, der Mexikaner. So, and now, hands up and go underground. Hallo, ich bin lieber zu kommunizieren, du. Es, 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 espaniel nicht? No, espaniel nicht. Espaniel nicht. Espaniel nicht. You speak only German or English. Now. Espaniel, ich kenne Espaniel. Och, nicht, hörf. Ding, 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 ding. Nee, lass uns. So, and now, go, go underground now. Underground now. Underground now. Oh my god. Hands up. Hands up. Hands up. Hands up in the air. For euch als Info, der hat eine Uzi dabei. Und er hat noch eine doppelläufige Schrotflitte dabei. Und noch eine Pistole. So, you can... Can we search you? Can we search you? Can we search you? to do this? Nick, waarde, waarde. Ich will ihn erst fesseln, denn er ist bewaffnet. Kann we search you? Can we search you? Nick, waarde. Er muss... Wir müssen erstmal irgendwie die sprachlichen Sachen hinbringen. anstatt dass wenn man nach wenn man in einen amerikanischen stadt kommt man sollte mindestens englisch können also bitte man sollte eigentlich man sollte einfach englisch können weil dann versteht man sie überall mann ich komm komm mit dienst und dann läuft er dann wie ein verrückter mit einer waffe lassen wenn ihr möchtet oder ihr geht einfach so in den stream reingemütet ich kann euch aussuchen ich schmeiß den stream jetzt einmal an für euch lasst google übersetze bitte einfach absehen google übersetze anmachen hier google übersetze phone hier phone hier phone google übersetze hier in espanol sagen sie was wollen sie die espanol was sorgen sie die spiel ist wenn er mit ihm englisch das ist er ganz leichter die spiel genau diese beleidigung das ist kein richtiges genau so hört sich das an was ihr aber nicht in den taser unter die helfe und sie die ja wir können unter uns solltren aber ich weiß ja gut sie dabei aber wir sind nicht zieht dann können wir auch einfach so stehen warum ist auch so ein po so ja weil ich ihn beschossen habe vielleicht ja das ist ja ja Hallo, Mexikaner. Was brauchst du? Erstmal an die Wand. Besuch ihn. Er hat eine Routine drauf und alles dabei. Ich möchte euch immer das Video zeigen. Wir haben gerade mit einem hochmexikanischen... Egal, ihr guckt einfach rein, okay? Was willst du machen? Das Video, den ersten Clip, möchte ich euch immer zeigen. Hier, also das ist die Rohversion. Follow me. Aber die ist schon eigentlich echt gut, muss ich sagen. Wait a second, please. Oh, das leckt aber ein bisschen. Ja, das stimmt, das ist für euch so, aber nicht. So, ich habe jetzt was gefunden, wie ich das auch andersweitig bearbeiten kann. Peng, Peng. Peng, Peng. Ah, Peng, Peng. And your weapon... Peng, yes. Your weapon, Peng. And your weapon, also Peng. Peng, Peng, Peng. Peng, Peng. Ah, Peng. Da gibt es kein Fail-RP hier. Ne, da gibt es kein Fail-RP. Hä? Allahu Akbar. Weg von der Bombe, weg von der Bombe, weg von der Bombe. Wir müssen alle evakuieren. Ich habe die hier, ich habe die hier in der Hand. Ich bin die weg. ijah-Wan will bewezen Holger. Hundertfünfzehn an Bomben, Siens Eine. Alle weg, schießen weg, strecken. Alle weg, äh, Eib, Eib finally alive. Eib crochets von da zweit, ein testimadal, aber bis gelapst." Nein, nein nein, Fisch, nein. USA Ailer oder Suersation an Bomben,但 die Bomben dell Control. Nein, Sie sind nicht auf die Bombe schließen. Ne, Sie sind nicht auf die Bomben schließen. Ich hatte in Afghanistan et cetera, militärische Ausbildung. Ich will das gleich in der Freddie совершенно Standort. und noch 15 anbauen bin es wurde ein alt und der alle da haben ja auch alle so vorgesehen und bei dem sie auch den typen weg die nach der Karte ich bin die europäische Mönchengladbach bei ihnen im Nuss ja genau das ist ein bomb meines vorkommen wir bringen die rüber wenn sie die barbe nicht keine ahnung 300 meter verhaften sie den typen schießen ich will nicht noch eine bomben schärfen gut ein wohl jacht ach du heilige scheiße er hat das nicht überlebt ja selber schuld er hat sich selber ich hab ich hab ich weiß nicht ich glaube ich glaube sogar julian shadow ich weiß nicht ob es da wirklich ist wegen keine ahnung ich weiß nicht er macht gerade so ähm hier wie heißt das er macht sich also auch mexikaner da so ne er macht nur Bomben angucken kann ich eine ausbildung zum schon lustig dann hast du wieder eine tage ja komm wir fahren jetzt hallo wir müssen ein ding tun ich kann meine sexmuskeln nicht mehr benutzen das muss einer von euch machen ok jungs hier eine frage kennt klip dateien öffnen kann oder für mora alles man hat an die holzer an solzer packen weiß das mit welchem muskel ist aber ich weiß ich weiß nicht ich weiß nicht was da gibt es ja so geld ab keine ahnung ich weiß nichts ich habe das ist voll komisch dass irgendein typ der gott alle hochjagd mit c4 ja stimmt das ist jetzt hat er die ganzen autos geschwenken also wirklich das gibt eine beschwerde im support ich bin ja mal kurz und ja ich bin was ist mit dem typen passiert hat wo hast du den übergeben aber bei mir bei mir beim disco zeichnet normalerweise steht schwarz oder abwesend nicht stören und online bei mir ist lila weil ich spieler modus aber ich habe irgendwie das gefühl ich möchte eine hier ist ein supporter ich möchte beschwerden ja gegen den herrn admin der hier war herzlichen guten tag der herr irgend so ein geist oder somit unseren kennern und ich weiß nicht wie wie sie von sowas heißt aber irgend so ein geist macht sie mit der millionen hier und hoch sprengen sagen sie mir bitte den namen ja moment ich weiß nicht ich weiß ich bin soweit ich weiß er hat sich ganz umgezogen das ist glaube ich immer wieder so weit ich weiß ich kenne seinen ganzen aussehen nicht aber nimmst du wirst nicht benutzen können sie garantieren da werden ja ja hier aber nicht ist möglich aber kann auto schieben wenn die kaputt sind du hast dich von einem admin entfernt ist ja hat mich runter legt das ist alles Deine administrative Sachen, Bruder! Jetzt auch! Carry mich einmal und ich werde dich umbringen. Oh, Fisch war das Gleiche! Scheiße! Nick, du darfst dich nicht reviven! Jetzt sagt Fisch, du darfst dich nicht reviven! Okay, du darfst dich nicht reviven! Du darfst dich nicht reviven! Ich habe den Punkt! Ich habe den Punkt! Wenn wir die Punkt! Ja, das gibt's. Ich habe die Beschwerde reinbekommen. Moritz? Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja. Darf nicht reviven? Hm? Moritz? Nein. Ja, komm, mach. Was? Du darfst nicht. Was? Ich hab' ihn gebraucht. Ich muss mich jetzt drücken mit jemandem. Komm her, wie brügeln wir uns trennen. Darf ich mitmachen? Nein, darf ich mitmachen? Du wüsstest, Nick, nicht mit dem Schlagstoff. Oh, Junge, ich hasse es, Anni, jetzt geht's doch jetzt. Ja. Das war unfair. Aber wir wollten nur Faustkampf machen. Nick, Faust oder du bist gleich ausgeschieden, sofort? Pack den Schlagstoff weg. Pack den Schlagstoff weg, sag ich. Okay. Okay. Mach mal auf mich. Das ist unfair. Ich kann kotzen, ey. Ich kann auch manchmal Leute morden. Ey, ihr schwul, stopp mich nicht. Geh weg, ihr schwul, stopp mich nicht beim Kacken. Das ist mir auch so kleinsiger. Überfähr. Nein, ich warte. Zeig mal her, was du machst. Ich will zugucken, mir ist langweilig. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, Kostik. Ey, geh mal weg, ich hab keine Ahnung. Meine Prügelerei ist zu Ende. Och, Jungs, ey, ich hasse es. Schau dir doch ein YouTube-Video an, wie das geht, keine Ahnung. Kannst, ah, ne. Es gibt irgendwo Videos, die ihm zeigen, wie das geht. Was? Wer hat was geschossen? Wer hat was geschossen? Wer hat was geschossen? Wer hat was geschossen? Ihr habt auf ihn geschossen. Der hat eine Bombe gelegt. Und dann hat er sie gezündet. Ich hab keine Ahnung. Ich war nur als Bombenentschärfer. Ich hab meinen Helm aufgezogen, bin hingegangen und wollte afghanischen Bomben entschärfer erspannen. Du hast nicht eben gefragt und ich hab Nein gesagt. Warum machst du denn das Ding? Ich hab ja kein Outfit gehabt. Ich bin jetzt, ich bin einfach hingegangen und hab mein Helm getragen. Das ist Mobbing! Anti-Mobbing! 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 Gott, du hast Angst! Aber wieso macht man sowas? Kannst du mir vielleicht eine Datei sozusagen, ja, verändern? Was? Eine Punkt-Clip-Datei? Kannst du mir eine Punkt-Clip-Datei zu einer MP4-Datei machen? Natürlich, wenn du es eine YouTube-Stellst und dann nach einem Satz wo du es eine YouTube-Stellst und dann mach ich so einen Trinkgewetter. Die pügelnden sich gerade im Game. Die pügelnden sich gerade im Game. Dann hätt ich es mal aufgenommen, damit dann schon. Ja, ich bin nicht mehr auf dem Sauber, ich bin ein alter Viert. Das mach ich immer, wenn ich keine Lust mehr habe. Jetzt muss ich mal aufnehmen. Ja, ich bin jetzt mal aufgenommen. Bleib stehen! Weil nicht mal töten bis nicht. Es sagt Auferhören! Büss. Büss. Ja, au! Büss. Ich hab noches... Büss. Büss! Büss. Sagen! Wimag. Er kann nichts machen. Um, ich stöhne die ganze Zeit. komm herauf komm ich habe eine tolle ich habe meine katze ich muss mir liegen toll Wer noch einmal und ich lass dich bannen gut ich lass dich bannen Nein bitte nicht wir wollen uns mit weitere Apps Du bist mit der Wendel komm zu werden mit rpg kämpfst du immer noch mit irgendetwas mich ließ mit der pg oder so mann jetzt hört doch mal auf mit dem müder ich bin ich mal auf dem server das sind ich verstehe nicht bei dingen steht da er ist auf dem server obwohl er nicht auf dem server ist ich hab ich hab eine geile war gut gemacht dac für sie überlebt nein so arbeit jetzt ist es ist alles vergisst es vergisst es vergisst es vergisst es ich war scheiß ich habe alles ich bin reich ich scheiße ja nix herrp gut ich lasse du darfst du jetzt nicht so dermaßen wieso machst du diese videos nicht über ob es weil man dann das ganze andere sieht ja dann muss man das zuschneiden das war es